Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, liebe Freunde. Und heute spielen wir eine Runde Fall Guys. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Und mit dabei ist heute Badoa Hedley und EA Party. Servus. Moin. Moin. Mittag. Ist so, wir spielen das Ganze. Lange nicht mehr gesehen. Ist so, lange nicht mehr gesehen. Wir spielen das Ganze auf der... Ich möchte kurz ein kleines Pläser auf der Playstation spielen, okay? Wir spielen das auf der Playstation. Und das gibt es im Moment für Playstation Plus Abonnementen. Abon-monenten. Ne, wie heißt es denn jetzt? Ihr wisst, was ich meine. Für Playstation Plus Mitglieder gibt es das im Moment gratis. Also schlagt zu, falls ihr es noch nicht habt. Und ich möchte auch gar nicht mehr lange reden. Ich möchte einfach nur bereit sagen. Ready. Abon-monenten mit euch. So, bin ich alle auf. Abon-monenten. So, Freunde, du hast es ab, das Brotstreifen-Kaugummi. Das ist weit vorne, möchte ich sagen heute. Was? Wieder Ansage. Das Brotstreifen-Kaugummi ist bin ich. Ach so. Extra Streifen genommen hat, damit ich nicht so fett aussehe. Querstreifen. Längsschreifen. 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 Er dreht es falsch rum, er dreht es falsch rum! Komm, alle in die Richtung, alle in die Richtung, alle in die Richtung, alle in die Richtung. Jawoll, jawoll, da kommen wir durch, da kommen wir durch! Ich bin durch! Einfach nur sowas von durch. Ich auch, aber ich habe es noch geschafft. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht auch gut aus für mich. Ich komme einfach nur noch hoch. Ich sehe nichts. Komm, lauf doch! Jawoll, qualifiziert! Ich bin am Arsch! Easy peasy! Frank, schnell, ein paar schaffen es noch rein, ins Ziel. Sieht wirklich schlecht aus. Ah! Freude, da seht ihr einen weiteren Erfolg von Bart, aber herzlich. Genau sein Game. So sieht das schon wieder aus, als wenn das Spiel liegen würde. Achtung! Nee, geil. Bist du weiter, Bart? Bitte wieder aufmachen! Jawoll! Beste Leben! Ich bin jetzt wieder weiter. Natürlich! Ist so. Ich hole mir das Krönchen, diese Runde. Also, wir haben es noch nicht viel gespielt, möchte ich sagen. Bart war herzlich, hat es noch weniger gespielt. Wir haben es schon in zwei, drei Runden gespielt. Wenn wir jetzt mal zwei, drei Runden hören, aber für die zwei, drei Stunden... Das ist ich, Mensch, ey! Echt, ey! Und wir haben jetzt schon wieder alle wahrscheinlich an der Zehn an der YouTube-Panelle durchgefunden, wie man es schätzt werden kann. Also ich ja! Also, das war Liebig-Spiel. Wir wollen nicht immer spielen. Das war Liebig-Spiel. Das war Liebig-Spiel. Nee, ist das mitgelobt, Alter. Schmeide die zuschlappenden Türen und renne durch die Zehlinie. Alles klar. Ich bin auch zu Hause. Eines meiner leichtlichsten Übungen. So. So. Lauf! Nein, komm, mach auf, mach auf, mach auf! Jawoll! Nein! Oh, die Ach-Frat. 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 Schnell! Wieder auf mich! Nein! Oh! Hu-hu-ha! Lauf! Ringen! Ich probiere mir jetzt noch ein paar Skits von Jasminer, um die zu schreiben. Guckst du, dann guckst du nämlich genau die richtige. Ist nämlich ganz vorne mit dabei. Oh, ich bin runtergefallen. Segel. Nein! Komm, das schaffe ich jetzt da drüber. Das schaffe ich! Jawoll! Sack! Juhu! Da hieß es drin! Qualifiziert! Ich möchte einfach nur Ja sagen. Bist du auch qualifiziert? Natürlich! In meinem schicken Wolfskostüm. Raus! Nur noch die Auslese bleibt. Oh, ich muss mich anders entsetzen. Ich klebe schon am Stuhl fest, ey. Ich bin bereit für das nächste Game. Wenn es schnell geht, macht nichts, wollte ich euch nochmal sagen, was? So. Mach Spaß und zugucken und so? Oh. Ja, das klappt da. Das wäre ein richtiges Top-Spiel für mich. So, bist du wieder nervös geworden? Ich wollte mir nicht viel zugucken. Ich wollte mir nicht viel zugucken. Wir können auch nur Mario Kart danach spielen, wenn du willst. Ist so. Dann hau ich immer hier den Fernseher kaputt, Alter. Weiche den fliegenden Früchten aus. Da bin ich dabei. Los geht's. Bin ganz vorne. Du gehst schon wieder Arafat, Alter. Oh. Da hat mich das Melönchen getroffen. Oh, oh, du Scheiße. Oh, oh, Banane kommt. Frucht. Holz. Warum rollt ihr eigentlich Holz neben den ganzen Früchten? Bist mich hier, du Hund. Wie er ihn backen will, hat er viel selber. Boah, ich renne einfach so durch, Frank. Guck mal bei mir, ich bin Erster. Oh, ich bin nicht mehr Erster. Ich bin ganz hinten jetzt. Was lagerst du, Alter? Ich bin Erster. Ich will doch nur wieder beobachten werden von dir, Alter. Ach, du Scheiße. Warum ist das Feld von hinten auf, Alter? Ach, es ist doch kacke jetzt. So ein Ding ist das. Jetzt bin ich drin. Aber es sind schon viele vor mir. Aber ich schaffe es nicht mehr. Schade. Scheiße, 17, 19. Ich schaffe es nicht. Mann, 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 Mann. Gott sei Dank. Der hat mich ins Verderben gezogen, Alter. Ne. Ne, mir ist schon Robocop. Der hat mich eh nicht ins Verderben gezogen. Mit dem Backstrom wegzugeben, Alter. Hab ich dir ganz genau gesehen, Alter. Ist so. Frank, such dein Adresse raus. Ist so. Arafat. Hallo, warum konnte ich nicht rausgehen? Ist so. Kriegt schon wieder Wut. Aber zusammen wäre eh nicht mein Ding gewesen. Wie soll ich im Team spielen, war? Das wäre aber ein lustiges Team. Wenn du mit Schuppett spielen könnt, wäre es ihr Ding, Alter. Jetzt bitte meine Katze da raus, ja? Hey, jetzt rausgehen. Dann sind wir aber bereit, einfach mal. Außerdem heißt er nicht Arafat, Alter, sondern der heißt The Assassin oder irgendwie sowas. Was wahrscheinlich auch falsch war. Ich bin ja in der dünnen Bude übernachtet oder was? Ja. Ich hab ein neues Muster. Zellen. Was? Zellen? Ja. Schick mal auf. Zeig es. Warte. Ach, klasse. Und? Wie findet ihrs? Da freue ich mich schon drauf. Ist so. Ich muss sagen, das trägt ein bisschen auf. Da ist schon eine gute Kampel drin. Ja. Da ist schon eine gute Kampel drin. Da ist schon eine gute Kampel drin. Bist du bereit, Patrick? Oder hat keine Lust mehr? Ich glaub bereit. Wuhu. 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 Oh, jetzt hab ich mal, Alter, da, dass man zwei Runden beschwingen kann. So, ich will mal einmal gewinnen. Innen wird schön. Das hat fast die Menschenreue ja alle so schwer hier. Ist so. Kann ich auch noch mal auf der Zwischenreise. Zwei weiter zocken. Ist so. Da kann ich mal auf die YouTube wieder einlegen. Das ist schon zu gewinnen. Kann man auch nicht vergessen, das gibt's ja schon lange da spielen, ne? Die sind ja alle vor die Profis hier, die scheiß Kinder. Ihr auch, die zuguckt. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder. Keiner mehr sehen will wahrscheinlich. Gehst du das schon wieder out, Frank? Ja. Ne, das gibt's. Gibt's noch nicht so lange, glaube ich. Oh, das war schwer. Das ist nicht so mein Game gewesen. Mit den Wippen. Okay, mit den Wippen. Ich bin ganz weit vorne jetzt. Ach, Patrick, auf jeden Fall. Frank, bleib mal am Arsch. Habt ihr mich gerade festgehalten, Alter? Ja, aber ich bin runtergefallen. Ja, das war die Kamerschelle, Alter. Ist so. Das war die Kamerschelle. Er will mich festhalten. Ich bin vorne. Wenn ich jetzt runterfalle, Alter, das geht mir schon wieder vor aufm Ei. Das machst du schon wieder, Alter. Ist doch lächerlich, oder? Das geht lange, das Spiel. Nein, du scheiß Boden. Du darfst einfach nicht aufgeben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kipp, kipp, kipp. Jawoll. Jawoll. Ich bin auch weit hinten. Alter. Nee, nee, komm zurück. Ich bin auch weit hinten. Komm, Frank. Ach. Huh. Ich bin vorne mit den ersten dreien. Alter. Komm hier. Wir sind aber voll die Verbindungsabbrüche. Die bleiben immer alle stehen. Ja? Ja, bei mir nicht. Ich weiß gar nicht, wo bist du denn? Ach, da hinten. Boah, ich bin zweiter, der sich qualifiziert hat. Wuhu. Beste. Wuhu. Lauf hoch. Da ist er. Frank. Falscher. Warte, ey. Schaff's auch. Yippie. Du bist jetzt live on air. Alle gucken dir zu. Will dir jetzt keinen Druck machen. Wo ist Frank? Hoch. Hoch. Was war das denn für eine Scheiße? Komm, spring hier an. Sehr gut. Sehr gut. Rüber. Hopp. Warte, warte, warte. Hopp. Nein. Ja, zu früh. Dich festhalten. Du musst gucken, dass du da gut drauf landest. Mit den Zehennägel hängen geblieben ist er. Das ist doch lächerlich, oder? Bist du auch schon drin? Ja. Ich bin drin. Ich war 1 Meter vom Fokantenziel an der Weiße. Hochlaufen, nicht springen. Hochlaufen, laufen, laufen, laufen. Nicht springen, ja. Laufen, 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 laufen. Rüber. Kannst du auch locker schaffen. Geh links hin. Rechts, 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 rechts. Ja. Schnell. Sehr gut. Und jetzt kommst du. Das schaffst du. Jawohl. Spring. Wie der eine Typ da die ganze Zeit wartet? Hast du gesehen? Ja. Oh, behinderter Spaß. Wie der eine wartet, behinderter Spaß. Behinderter Spaß. Das Taubenkostüm ist auch süß. Guckst du Erik Peo zu? Ja. Ich bin bei Erik Peo, Alter. Einfach süß. Erik Peo. Erik, komm. Kämpf dich hoch. Von er hin, ich. Kette. Was? Ist das denn hier online gegen Andach oder was? Nee, das ist Computer. Kann ich sagen, Alter. Oh, ist das vorne eher hinten. Ich hab jetzt zwei Minuten überlegt, Alter. Aber jetzt hab ich's verstanden. Tschüss. Süß. Alles Spieler, Frank. Oh, das Eltenkostüm ist süß. Alles online. Alles online. Ja, sind alle Spieler. Ja. Da sind wir eigentlich nur so kranklagen, so sie zu gucken. Eine und sie sind die besten Zuschauer, natürlich, Alter. Der aufsteigende Lava davon und überwinde Hindernis, um die Ziele zu erreichen. Habe ich auch noch nicht gespielt. Nee, auch nicht. Aber ist gar kein Thema. Ist. Könnt ihr auch nochmal für Anna verbeten machen, also ich bin gleich so schön im Lesen. Echt? Das muss dann vorgelesen werden. Ist so. Das ist deine Aufgabe. Ich bin ganz vorne. Ah. Lied. Tschüss. Let's go. Ach, schubst doch nicht immer alle. Ruhigt euch. Wir gehen wieder ab, die Schweine. Ist so. Alter, wer ist denn hier neben mir von euch? Patrick, oder? Oder ist es Frank? Der Grüne. Laufbefug schreibt ein Kaugummi, Alter. Oh, ne. Ich bin runtergefallen. Nein! Ich bin runtergefallen. Belastend. Das ist echt belastend. Ey! Wer hat denn mich festgehalten? mit der Ruhe, Jasmin. Ich bin ausgeschieden. Ich bin in die Lava gefallen. Frank? Wie bist du weit? oh Frank schnell die Lava kommt Frank die Lava kommt so sind wir wieder zurück kleine technische Probleme wie immer weiter geht's wir haben es übrigens nicht geschafft ich bin in die Lava gefallen das hat man noch gesehen und Bart dann hinterher auch und EA auch Bart war erst und hat es einfach rausgequittet, weil ich nicht mehr rausgequittet ach, au Walter, ja dann drück jetzt auf bereit Bart hat recht gehabt, er hätte die Krone gekriegt, ich hab's ganz genau gesehen ja, ist so, danke Lüge ist so, Loser so, ich bin aber bereit machen wuhuuu das Internet läuft jetzt, stabile Leitung, ja? stabile Leitung, ich hoffe es du hast du ja nicht bezahlt hast du ja alles mit WLAN angeschlossen nein, ich bin mit Kabel drin und sie werden mit Nachbarn drin nein, ich bin mit Kabel drin du 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 hast du ein Ding? hast du ein Ding? hast du ein Ding? mach's abarm ich muss jetzt hier erstmal was trinken ich trinke mal einen kräftigen Schluck erst mal einen Schluck Woddy gemischt mit ISC so, Renner und Balancierer über Rhein und Wippen um die Ziellinien zu erreichen win-wippen win-wippen win-wippee ja von Wippen das war doch unser Lieblingsspiel, oder? ist so das habe ich glaube ich schon fünfmal gespielt ach so, dieses Spiel schon wieder oh ja scheiße Attacke warum war ich eigentlich ganz hinten? das ist doch schon ein Beschiss let's go wuuu man muss nicht schon am Anfang wo es geht wo den anderen abschotten ist so ich falle einfach nur noch aber das erste Spiel ist nicht so kannst du auch ein bisschen Zeit lassen, ne? ja, da kommen noch viele Walten ach, es ist auch manchmal wirklich anstrengend sehr schwer, würde ich sagen, Alter ja aber ich glaube ich bin hier noch gut drin ich auch ich glaube ich bin da auch noch ich glaube ich kann es noch schaffen, Freunde renne bis zum Ziel aber weil der Behinderte, Alter, wie er da an die Kante springt ja, die könnten schon wieder ey, ihr müsst hier runter, ihr Affen so, wir müssen hier was für ihr Affen? ich stehe hier auch drauf du Affe ich schaff es nicht weil du da drauf gesprungen bist, Patrick was ist das mit der Scheiße hier? ein Glück die kommt nicht zurück ey, ist doch lächerlich jetzt ne kommst du nicht hoch, Alter sieh nicht, wenn die zurückkommt ey, was für Scheiße komm, komm hopp, 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 hopp halte durch, kleiner Fuchs jawoll ach, Alter ist er ein Trottel, Alter wirklich ich bin von allen mir mitgerissen ich bin im Ziel yippie ich nicht, und ich fall nicht runter weil ich so dumm bin äh könnte ich mich selber manchmal ach, Alter kann ich mich auch schon wieder aufregen warum kann ich euch jetzt schon wieder nicht zugucken, Alter aber das ist mein Internet wieder RIP dann hab ich die Rechnung wieder nie bezahlt ist so komm schon komm schon komm schon komm schon die viele dürfen noch ach, du Glück, Alter ach, Alter ich bin für ne Scheiße ich bin im Ziel ich bin für ne ich bin für ne ich bin für ne ich bin für ne nicht nee ach, knapp ich würde schon wieder ausmachen im Dreck, Alter ärgerlich zehn Leute schaffen es noch ein Frank, du musst es jetzt machen ja, aber er dieser rote zieht mich ja immer mit runter dieser Arschlänger, Alter was muss kämpfen ach, brauchst du noch nicht mehr alter den Dreck, Alter da rein jetzt du musst den Zuschauern auch ein bisschen Ehrgeiz vermitteln ist so habe ich aber nichts wüssten hier, Alter Ehrgeiz zu leben, ist wichtig ich will das niemals aufgeben, denk dran wieso wenn das nicht klappt, schmalge das zehnmal von was anderes, Alter ne, Alter Jetzt wollen wir rausgehen und die Runde erstmal hier beenden, oder was? Also die Aufnahme. Komm, Patrick, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Überwinde die Linien und renne zur Ziellinie. Das ist einfach erklärt. Wie viele Spiele gibt es eigentlich? Heißt das einer? Nein. Wir haben das Finale ja nicht gesehen. Ich sehe noch, wie viele Spiele das allgemein gibt. Verschiedene. Ruhig schon wieder dann. Dann nehmen wir zu. Alter. Ego. Nee, komm, ich drehe noch eine Runde. Kamekne-Me. Kamekne-Me. Kamekne-Me der Fuchs. Ja, mit so einem Riesen-Shitter könnte es auch nirgendwo durchfallen, aber da ist so. Oh. Im Kostüm, glaube ich, Alter. Oh. Oh, ist noch taktisch klug. Taktisch klug kann ich. Fuck. Und rumpf das da. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Warum komme ich jetzt hier nicht runter? Alter. Mann, Alter. Patrick ist auch weit vorne, ne? Ach, da kamen... Alter, da kam die Stäuberfalle. Juhu. Oh, ne, ich bin ausgeschrieben. Ne, ich bin ausgeschrieben. Naja. Mit Recht. Aber auch scheiße. Hast du mir nicht angeschränkt? Ist so, wollte einfach aufgeben. So, das Gefühl von Erkert war mir wohl nicht da. Das Gefühl von Erkert war einfach nicht mehr vorhanden. So. Ich möchte es einfach nur noch bestätigen. So. Dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, liebe Freunde. Wenn ihr Bock auf mehr Let's Plays mit Bart aber jetzt nicht. Und ihr Party habt sowieso. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt. Und einen schönen Tag. Wir sind gespannt. Kommentieren, schreibt was runter, wir lesen sie gerne. Und wer das Schönste war von allen. Als Figur. Schreibt es runter. Als Figur. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss.